Ja, Moin, wir machen weiter mit Killswitch. Ich muss das Rakete sein lassen. In der letzten Folge haben wir die Zubat in die Luft geöffnet. Speichern, warum? Machen wir mal. Hä? Kontrolle am Basis. Ich begebe mich zur Startrappe. Ich bitte um Zielbestätigung. 126 Grad, 59 Minuten östlicher Länge und 37 Grad, 34 Minuten nördlicher Breite. Soviel zur Zeitansage. Was machen wir jetzt mit Bishop? Nachdem die Rakete gestartet ist, möchte ich, dass sie ihm eine Kugel durch den Kopf jagen. Soll wie Selbstmord aussehen. Man wird glauben, es ist eine von den USA unterstützte verdeckte Operation, die schiefgelaufen ist. Wenn alles so weit ist, wird der Norden zweifellos gegen den Westen zurückschlagen. Und bald beginnt das Spiel von Neuem. Nach meinen Bedingungen. Wir sind mega der Held. Wir sind mega der Held. Wir sind mega der Held. Wir haben halt Kriegsstimmung. Jetzt werden die Packer an den Held. Chessieren von Neuem. Also einschiesse sie schon mal nicht. Das Deckungsschiessen funktioniert halb der Zeit nicht. Er läuft wieder aus der Decke, obwohl ich nur so raus schiesse. Ich bin verreckt, das ist komisch. Da bin ich noch mal. Ich kann endlich die Decke fixen. Das hätte mir so schön gekauft. Dann nehmen wir das Medipack. Hier. Ich würde sagen, wo ist das Ding hergekommen. Jetzt haben wir eine Munition und Waffe einsammeln. Wieder Säckelt er aus der Decke raus. Das Spiel kommt nicht mehr raus, wenn ich drauf ziele. Und wieder Säckelt er aus der Decke. Das ist so zu viel, das Spiel. Ich bin sicher auch wieder mit. Ich bin sicher auch wieder mit. Woah. Ich kann mal nochmal die Crew Munition nehmen. Ich bin sicher. 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 Und wieder Säckleder aus der Deckung, das ist so. Woah! Was habe ich? Kommt schon aufhör aus der Deckung aus wie Säckleder. Wir sind ein Schuss, manchmal dauert es 2 Sekunden. Wir sind ein Schuss. Wow, das ist ein Schuss. Wir sind ein Schuss. Wir sind ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wir sind ein Schuss. Es ist ein Schuss. Die Schuss ist ein Schuss. Ist das ein Sammels? Kann ich jetzt sofort ausziehen? Ja, ich kriege das. Was ist das denn? Hey Gott! Ich bin auch gescheitert Einen Deckkrieg Das ist wenigstens die Stelle, wo wir eingehen Das ist irgendwie hinter der Unter dieser Kiste, wobei er mit den... Ahhhh... Ich habe hier das Medipack verpasst und in diesem Raum gelassen. Ich weiss jetzt, das Gefühl hat es ein Medipack. Ich bin bestimmt hier, zurück zu schauen oder wenn ich noch mal ein weiss kommt. Ich bin sicher, dass ich noch ein weiss habe. Und ich bin schon... Wow! Nein! Ja... Fick die Spiel! Fick die Spiel! Die Deckung ist super funktionell hier. Das können wir ganz scheisse nochmal machen. Mit der Kalasch. Mit der Kalasch. Hehehe! Hehehe! Das geht so lange, bis das schiesst und drückst. Das ist so ein Delay im Schuss. Ganz schlimm. Ich bin jeder bei diesen mühsamen Typen, der sich abwechseln kann. Ich kann das mal wieder aufnehmen. Das ist jetzt ein Blatt, der wir haben. Oh! 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 Dreckig. Das Kalash verschwindet, wenn es leer ist. Schön. Dreckig. 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 Ich denke mir zwar nicht, dass es wirklich viel bringt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja logisch. Nur wenn es brenzlig wird, darf er der Schuss ausfallen. Oder eine Radenhemmung oder so. Jetzt steht da hinten. Das ist irgendwie schön. Letztes Mal hier so war es. Das hat mir ja hier gefehlt. Oder war das weiter vorne? Kommiss Spiel. So weiter. Wo kommen die Hörer? Wo schiessen die auf mich? Von hier raus. Das sollte ich wieder nicht geben. Bei Deckung kann ich auch nicht mehr. Jetzt geht's. Und wieder sacken aus der Deckung. Jetzt geht's. Voll schräg. Mann, die Mechanik ist beschissen. Das muss ich noch gut rumgehauen werden. Klar jetzt schiessen sie auf mich. Ja. Jetzt können wir sie auf oder nicht ausstehen. So ne Scheiß. Ja, die Spielzeit ist vorbei. Wahrscheinlich ein Action-Sug. Sag meinen Namen. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle verloren. Achtung. Das System reagiert nicht. Ich kann es nicht abschalten. Gefahr. Wer zum Teufel... Nein! Initiiiere Datenfluss. Ja? System erfolgreich außer Kraft gesetzt. Gerade noch so. Kein bisschen zu früh. Die gute Nachricht. Ich habe die vollständige Systemkontrolle. Die schlechte. Ich konnte den Gedächtnisblock noch nicht umgehen. Und die schlimme. Wer auch immer dahinter steckt, hat eine böse Überraschung zurückgelassen. Wenn ich den Gedächtnisblock nicht rechtzeitig durchbrechen kann, stirbt Bischop. Völliger Stillstand des Systems. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das bin ich Ihnen schuldig. Der Steuerungsdatenfluss kam von dieser Position. Ich schicke ihn rein. Ich hoffe, ich finde Bischop bevor... bevor es zu spät ist. Was bringt der Scheiss? Was bringt der Scheiss? Was hat doch nichts mit... Mit den... Mit den... Mit den... Mit den Missionen zu tun, oder? Stolperdrähte ausweichen. Schön. Ich sehe nie bei der Superbrache. Bei meinem fucking Scheisskabel. Was sind Stolperdrähte? Ich sehe, wie sie jetzt kriegen. Mit den Stolperdrähten. Mit den Stolperdrähten. Ich vergeidere mir aus der Deckung aus dem Fall. Ich habe Links 1 nie losgelassen. Nie. Systemsystem. Ja, f*** dich. Sorry. Nur vulgäre Art. Aber... Du Stress ist mich. Wo ist er jetzt? Ich bin ja auch mal hier in Deckung. Geht auch nicht so. Jetzt lässt du ihn ja sicher wieder raus. Und wieder lädst du ihn mir raus. Was will ich das? Ich verstehe das Spiel nicht. Du machst ein Tutorial, das genau das zeigt. Mit so einem L1 drückst du. Links 1 sollte dort in Deckung bleiben. Links 1 sollte dort in Deckung bleiben. Nichts 1 sollte in Deckung bleiben. Nein. Nein, er glatscht einfach auf das Mal raus. Es nervt endlos. Das ist eh als eine Illusion. Es wird ein Patientiver Story sein. Alles Nummer 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 3. 6. 8. 10. 9. 10. 10. 10. 10. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Schrot. Das muss ich nicht mehr frei machen. Schalltafel finden. Irgendwo wäre da eine Schalltafel gewesen. Was ist die Auperdrehte? Das haben wir von Kenne gefunden. Wow. Jetzt hackt dich um. Und wieder hackt. Sobald die einzelnen Schüsse abgeben. Das ist irgendein Bug. Das hackt aus der fuckscheisse Deckel raus. Zeig dir. Komm auf dich schiessen. Du kannst da auch etwas verdammt. Ich glaube, das kann ich nicht wegkriegen. Aber das ist nicht so. Das ist die Tafel. Hier ist nur noch ein paar Beine versteckt. Du hast doch gesehen, dass du nie siehst. Ah, das ist die Tafel. Hier ist ein Medipack, finde ich da auch ein Caluxus. Und die Kamera verziehen, das ist so geil. Deckung. Deckung. Kommt da immer aus der Deckung raus. Versteht. Versteht. Ich bin fast tot. Da gehst du sicher noch einen, mindestens. Jetzt schiesst er da in die Deckung rein. Schön. Es ist fast die Stauberfalle dort. Ich bin fast die Stauberfalle. Ich bin fast die Stauberfalle. Das ist ein Produktionsproblem. Ich verschiess noch. Da hatte ich ein Medipack gelortet irgendwo hin. Die werden jetzt gleich mega selten. Neu versteckt haben wir die Pfosten oder so. Hm. Jetzt die Frage, wie ich dann ausweichen muss. Muss ich mal ausprobieren, was Trollen macht. Ja. Wie willst du dem Scheiss Draht ausweichen? Systeme. Jetzt darf ich noch mal anfangen. Wie willst du dem verfickten Draht ausweichen? Jetzt soll sie wieder ganz auf Level anfangen zurück zu stehen. Ja, ich habe da eine Deckung durch den Scheiss. Ah, ich hätte nur hier drücken müssen. Ich dachte, ich muss eine Rolle machen. Und dass ich alles noch mal ausmachen muss. Und dann bin ich gleich über drüben. Und wieder geht er aus der Deckung. Ich sollte einfach mal rausziehen. Bis das wieder in die Ordnung geraten ist, in die andere Deckung kommen. Und da, du drückst und es geht 1 Sekunde bis das D-Lade. Das ist ja nicht rot gewesen, das Fadenkreuzer gleich rechts nehmen. Eine Bedeckung. Die Hände sind ja nicht so weit. Das würde es noch gar nicht geben. Die Hände sind ja raus in der Deckung. Und wieder die Hände aus der Deckung. Scheiss-Mongol-Spiel, du. Scheiss-Mongol-Spiel, du. Scheiss-Mongol-Spiel, du. Ja, genau. Ich denke, es reicht mit dem Spiel. Ich denke, es reicht mit dem Spiel. Ich denke, es reicht mit dem Spiel.